Kapitel 8 Suchen und retten Das klingt doch mal so, als ob wir endlich mal wieder auf Leute treffen würden Ich wäre sehr begeistert, wenn dem so wäre Muss ich's schon sagen Wir haben auch noch Doktor Es scheint aufwärts zu gehen Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Baylor Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage Ja, geht klar Ich wollte eigentlich sagen, wir müssen uns auch noch um Dr. Mercer kümmern Der kriecht ja auch noch irgendwo rum Der ist uns ja leider entkommen auf der Medizinischen So, ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, wo wir hier eigentlich sind Aber ich glaube, wir waren hier schon mal Achso, sie hat doch gesagt, auf der Brücke, ne? Nein Bitte nicht schon wieder so ein dicker Klops Wieso ist da drüben eigentlich die Tür auf zum Atrium Na gut, mal schauen Ich bin wieder da Wer noch? Gute Idee Okay Sonst dürfte es hier ja eigentlich nichts geben Fähige Anomalie registriert Quarantäne-Mode aktiviert Deine Mutter, ey So Platsch, geh sterben Das ist jetzt natürlich ein bisschen Verschwendung, muss ich zugeben So Nein, geh mal her hier So Scheiße Ich weiß, das war jetzt ein bisschen super optimal Aber hey Geht schon, geht schon Könnte schlimmer sein Du sollst laufen Ach, Eis, ey So, mein Freund Wir haben doch noch deinen Eiersack Ja, ja Leck mich doch So Eiersack 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 So Problem erkannt Problem gewalt Denkste Yay So ein Spaß Das ist total die falsche Muni, muss ich sagen So Ich hab bloß nichts mehr für die Impulswaffe Das ist scheiße Boah So Auf den Breiten gewechselt Zack Beine ab Zack Ganz schön ab Scheiße Ich muss mal kurz einen Meter laufen Sonst geht das nicht gut hier So Halt die Pappern Die sind aber auch hyperaktiv hier, die Viecher Meine Güte Quarantäne aufgehoben Quarantäne aufgehoben Fick dich Sorry, ich bin ein bisschen aggressiv Ich weiß, aber Es nervt Und ich glaube, ich habe gerade meine letzten Medipacks verbraucht So Schön, dass hier drüben Impulsmunitionen liegt Haben wir sonst noch was hier? Ja, natürlich Plasmaenergie Ist schön Alter So, noch mehr Hört auf zu flüstern im Hintergrund Ne, jetzt haben wir alles Okay Dann würde ich sagen Lade ich erstmal meine Waffen nach Und dann gehen wir mal runter auf die Brücke Genau Ähm Oder wo Achso, zum Comeray mal wieder Stimmt ja Das Comeray war ja nicht unten Das war ja oben So, hier Einmal nach oben bitte Ebene Weiß ich nicht, welche Ebene Nehmen wir mal Ebene 3 Je weiter oben, desto wichtiger Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt außen Aber ich kriege über die Coms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein Ich glaube, jemand hört uns ab Also sei vorsichtig Na sowas aber auch Lass mich raten, Dr. Mercer So, hier oben ist sogar noch eine ungeöffnete Kiste Das ist aber schön Ich glaube, das sind Kisten, die vorher nicht zu öffnen waren Kann das sein? Was haben wir denn hier? Ripper Klingen Aha Ripper Klingen und Plasmaenergie Sehr schön, sehr schön, muss ich sagen So Nehmen wir alles gerne mit Möchte auch sein, dass wir hier noch irgendwelche Sachen kriegen Kann ja nicht sein, dass wir hier nur durch Schon Oh, ich hasse euch Komm, in die Fresse Magst du sterben, endlich? Oh, nein Komm schon Jetzt aber, oder? Das Vieh will nicht So Erstmal die kleinen Tentakelchen weggeballert Das gibt's doch gar nicht Das Vieh muss doch mal sterben Wow Was ist denn hier drüben los? So, der hat's hinter sich schon mal Das ist gut Ach, da ist noch ein Nein, oder? So Mal gucken, wie wir's taktisch schlau anstellen Ins Gesicht Alter, was die Typen aber auch fressen Das ist immer mal Shit So, shit Das Teil haben wir natürlich nicht mit erwischt dabei Ist ja logisch Und damit ist der breite Strahl leer Ich hasse euch Oh, Leute Ja, ist er gut? Ist er gut? Meine Güte Die Ripper ist so scheiße Sorry, Leute Ich weiß, es gibt Es gibt Leute, die mögen die Ripper Aber ich find die echt scheiße Die rift ja nicht mal gegen den Bastard hier Und der kann ja nicht mal flüchten Haben wir's jetzt Schön Oh Wisst ihr Ich hab echt keine Lust irgendwie auf das Spiel grad derzeit Also Ich hab schon allgemein Lust zu spielen und so Aber irgendwie Das Spiel ist Ich weiß nicht Also es liegt jetzt nicht dran, dass ich auf die Art von Spielen keine Lust hab Sondern generell das Spiel macht mir gerade keinen Spaß Weil ich einfach Nicht das Gefühl hab, dass ich hier irgendwas nützliches mach Ich renne die ganze Zeit nur durch die Gegend Und Versuche hier irgendwelche Notfälle auszubessern Und muss hier gegen irgendwelche Viecher, die mir nicht übelst nerven, ankommen Und das ist irgendwie Nicht motivierend Also Mich motiviert es kein bisschen, muss ich sagen Also Das Spiel ist sehr intensiv Aber Auch nicht sehr inhaltsschwer Ich glaube im zweiten Teil ist es ein bisschen besser, oder? Aber hier ist es echt Nicht gut Oh Hey Dude Wie geht's? Oh Oh Hi Slenderman Wer hat denn dir eine Rolle hier gegeben? Deine Beine lassen sich gut Oh Nein Ich wollte gerade sagen Deine Beine lassen sich gut treffen Aber dass du so ein Bastard bist Oh Ich hasse euch Und ich hasse Tentakelwesen allgemein Die sind eklig Ah Komm Das ist widerlich Das ist widerlich Scheiße Ach Mensch Ich komme gerade nicht klar hier Wo ist denn Wo ist denn? Oh Geh mal zur Seite Nerv mich nicht Nerv mich nicht Alter Ey Geht mir auf den Sack Ehrlich Ihr geht mir so auf den Sack gerade Verpiss dich Ihr blödes Kackvieh Wieso ist das nicht tot? Alter Dieses Spiel geht mir echt auf den Sack Das ist ein Zeiger gerade Es macht keinen Spaß Und meine Medi-Packs sind alle Das macht mir noch weniger Spaß Ja super Ich bin fast tot Dankeschön Das ist echt toll So freut mich das Das macht richtig Spaß So Wirklich So weiter Zum Comeray Gott Ich muss mal schauen Wie viele Kapitel das hat Wann das Leiden Endlich ein Ende hat Ich werde es auf jeden Fall Zu Ende spielen Natürlich Aber Also Freude macht mir das nicht Gerade So Ich glaube es gibt Spiele Von denen ich mehr Fan bin Aber ich bin sowieso mehr der RPG Typ Muss ich zugeben Ähm Ja Ist halt so Ich bin nicht so der Typ Der so die übelste Action Die ganze Zeit braucht Ähm Mir ist es lieber Wenn ich ein bisschen mehr Story habe Und das ist halt Ich habe halt das Problem Mit dem Spiel Es macht schon Spaß Eine gewisse Zeit lang Es so zu spielen Um sich auszutoben Und äh Sich zu schocken Und so Aber irgendwann Lässt das schocken Auch nach Weil man sich einfach Daran gewöhnt hat An die Gegner Es ist ja nichts Neues mehr Wenn man plötzlich Irgendwo einer rausgeschossen kommt Und dann Bietet das Spiel einfach nicht viel Dead Space Äh Und als Story Ist ja nicht viel Also es gibt ein bisschen Story Aber das ist für meinen Geschmack Viel zu wenig Und Story ist meiner Meinung nach Immer das Wichtigste In einem Spiel Also ein Spiel Das komplett auf Story verzichtet Kann sich für mich Für meine Begriffe Gleich begraben Von daher Ich weiß es nicht so richtig Also ich werde jetzt Kein übelster Dead Space Fan sein Am Ende glaube ich So schauen wir mal Stahlsmodul Kinesemodul Ich weiß nicht worauf ich Meine Punkte gebe Ehrlich gesagt Treffepunkte haben wir ja schon voll Gehen wir mal auf den Plasma Cutter Ein bisschen Ach ja scheiße Hier ist ja auch nichts Ach shit Ich mag auch dieses Aufwärtssystem nicht Das ist blöd Ja komm Dann packen wir die Punkte Hier drauf Bringt uns genau nichts Aber dann können wir Beim nächsten Mal Wenigstens einen Schadenspunkt Uns holen Ich bin echt Ein bisschen angepisst Aber hier was so ist Weiter geht's So Vielleicht bessert sich das ja Wenn jetzt dieses andere Schiff kommt Dann sollten wir ja mal wieder Auf Menschen treffen Es wäre geil Es wäre echt geil Audio Lock Oh mein Gott Oh mein Gott Es war wirklich eine illegale Mission Wer hätte das nur gedacht Ich hätte gedacht Es wäre vollkommen legal Irgendwelche Artefakte Ich hätte die Leute In hirnlose Zombies verhandeln Von irgendwelchen Planeten Zu bergen Hey dude Witzig Hat schon irgendwie was Von einer Mischung aus Achterbahn und Geisterbahn Eine Achtergeisterbahn So wo sind wir denn Cobb Array So schauen wir mal Wo wir jetzt genau gelandet sind Kommunikations Array offline Ein Servicetechniker wurde informiert Tatsächlich Das Array der Comanlage ist in keinem guten Zustand Wir brauchen mindestens sechs funktionierende Parabolantennen Für ein starkes Signal Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein Damit es keine Energieversorgungslücken gibt Symmetrisch Aber sonst geht's dir noch gut oder? Haben wir denn da was schönes Wenigstens drin Ja danke Ach wunderbar Jetzt steht es wenigstens um mein Leben Nicht mehr ganz so schlecht So schauen wir mal Hier ist was zum speichern Auf jeden Fall schon mal Comanary offline Natürlich So Dann speichern wir erst nochmal Und dann gehen wir mal raus Und guck mal was uns dort erwartet Yep So Ich muss noch mal ganz kurz schauen Was die Zeit denn so sagt Aha Okay Gut Ja ein bisschen geht noch Ah Hier lang So Dann schauen wir mal Welche Gräueltaten jetzt auf uns warten Und schon wieder ein Energieknoten Jetzt gibt's die ein bisschen öfter Hab ich das Gefühl Möchte auch sein Denn angesichts der Tatsache Dass man Unglaublich viele Energieknoten braucht Um eine Waffe wirklich Richtig gut Machen zu können Ähm Sollte man ja auch ab und zu mal Ein Energieknoten mit zur Verfügung stellen Nicht wahr Ich find dieses Aufwertesystem Echt ein bisschen übertrieben Mit den ganzen Äh Freien Flächen Wo man Knotenpunkte ausgeben muss Also so oft gibt's die dann nun wirklich auch nicht Und die können doch nicht erwarten Dass man sein ganzes Geld In diese blöden Energieknoten steckt Und diese blöden Energieknoten geht Das ist die Lägeknoten Und jetzt